Servus Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich euch ein bisschen erklären, was dieses ganze Drama im Project V und E-Sports eigentlich ist. Ein wenig Drama. Ich werde ein bisschen erklärt, was so meine Ansicht zu der aktuellen Liga ist, denn es ist ein bisschen problematisch, wie viele Spieltage man hat und wie wenig Aufstiegsmöglichkeiten man hat. Aber dazu einfach ein bisschen was im Video. Wenn es euch interessiert, könnt ihr auch gerne eure Meinung, vielleicht Lösungsansätze angeben, falls ihr selber irgendwie mit Project V verbandelt seid. Weiß nicht, wer dieses Video im Endeffekt findet, was wir an der anderen Seite machen können. Und ansonsten, wenn ihr mehr über das Thema E-Sports haben wollt, dann definitiv dem WN-E-Sports-Kanal folgen. Erster Link in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Wir können kurz die zwei Minuten, die wir haben, noch nutzen, damit ich euch das zeigen und erklären kann, wenn ihr wollt. Wenn euch das interessiert, weiß nicht, ob das für euch spannend ist. Aber ich meine, es ist Beef. Beef ist immer spannend. Naja, es heißt Beef. Eigentlich ist es kein Beef. So, und zwar müssen wir auf Sebe und Kines Profil erstmal gehen. Und zwar Sebe, also erstmal müssen wir anfangen, die ganze Story zu erklären, ja. Kine ist, keine Ahnung, was der macht. Valorant Coach, okay. Okay, haben anscheinend zwei Coaches, gut, whatever. Coach bei Atex, ja. Ähm, und tweetet sehr gerne gegen Project V, was an sich ja kein Problem ist. So, das Project V-System ist ja auch Müll, ja. Aber, whatever, ja. Und Onliners, ein Project V-Team, was die Vereins gespielt hat, hat disbanded. Und dann hat er den Tweet rausgehauen, The most fragile things in the world. Glass, Eggs, Project V-Teams, Porcelan. Hahaha. Sebe hat ein bisschen mehr noch hinterher gepostet, okay. Ähm, und zwar, warte mal, wo war's? Hier. Größtes Problem in Project V ist definitiv die Mentalität, gebe ich ihm recht. Aktuell fühlt es sich eher wie eine Sackgasse an, als wie ein Sprungbrett. Definitiv. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ist auch richtig. Aber ich sorge mich eher um meine EPF-Talente, die nicht in VCL aufsteigen. Ohne Kontinuität kommt kein Improvement. Ähm, erstens mal EPF-Talente gleich wirklich gute Spieler setzen. Ja, natürlich, EPF ist dafür da, um die zu supporten und zu unterstützen und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass jeder von denen ausnahmslos aufsteigen wird und muss. Das ist in keinem Game so. Viele der EPF-Talente in League of Legends zum Beispiel haben nicht mal ein Team. Ist halt so, ja. Nur weil du bei der EPF bist, heißt das nicht, dass du einen Karriereweg vor dir hast, der passt. Das ist das erste Mal, ja. Selbst die besten Teams wollen nicht sticken, gebe ich ihm Unrecht. Besten Teams meiner Meinung nach sticken. Online, das ist kein Projekt, wo die Leute, glaube ich, wirklich Interesse daran hatten, ähm, sich aktiv in die VCL zu spielen, sondern das war einfach ein Team, wo klar war, sobald die auf lang kommen, würden die auf die Fresse bekommen. Ähm, die spielen halt einfach online, deswegen auch Onliners, ja. Ähm, um vielleicht ein bisschen preisgebäßere Sachen wie Clutch Kings oder so mitzunehmen. Ist ja nicht verkehrt, warum nicht? Kann man sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Selbst die besten Spieler wollen sich nie durch den Slum kämpfen. I disagree. Besten Beispiele dafür sind, äh, Devicen, sind wir mit wenig eSports, sind, äh, Entropy. Ähm, Entropy hab ich schon gesagt, klar, ja. Also, finde ich Schwachsinn, stimmt nicht, ja. Ich will Dach und Top sehen, aber aktuell bin ich nur enttäuscht. Wir haben den größten VRC-Circuit, also wir haben das größte Tier 3 mit Project V. Von allen europäischen Ligen. Ähm, aber das System ist dadurch nicht automatisch gut, weil es viele Leute sind. Und was mehr Sinn machen würde, ist ein besseres Qualitätsmanagement. Darüber haben wir gestern im Streaming geredet, als Laura im Chat war und als Kaitana im Chat war. Da haben wir darüber geredet, wie man das System verbessern könnte. Auch mit Sperren beim Wechsel und sowas drum und dran. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Tweet von Sebe gewesen, gehen wir davon aus. Dann Hauptgründe für Team Disband. Und da ist halt, bro, weiß ich nicht, ja. Das ist halt, finde ich so, das ist ein fetter L-Tweet, ja. Schlechte Zusammenstellung. Mag sein, aber die meisten Project V-Teams, die zusammengekommen sind, spielen entweder nach Sympathie oder nach Verfügbarkeit zusammen. 90% der Teams, die jetzt irgendwie gerade gut performen, sind sowieso Teams, die von VCL-Spielern gefillt wurden, weil die keinen Vertrag haben und dementsprechend gerade einfach irgendwas spielen wollen. Und das ist halt Project V in dem Fall. Und dann haben die einfach einen Mix gemacht, damit sie ein bisschen Shit-Stompen können und vielleicht ein bisschen Preisgeld nehmen, ja. Oder vielleicht sogar ein neues Offer bekommen, wer weiß, ja. Und eine schlechte Zusammenstellung bei einem Tier 3, wo es kaum bis kein Management gibt, keine Coaches, kaum bis keine Coaches gibt. Ich würde eher sagen, keine, außer du bist international. Und auf der anderen Seite, wo du oft halt einfach auch zeitdruckmäßig schlecht dastehst, weil zum Beispiel unser Roster war folgendes. Wir spielen auf den Split-Finals am 14. Mai mit einem vollständigen Roster bei Vini Esports. Mit Calvin S., Juno, FaceRoll, Lele und Kongi, okay. Wir verlieren dort. Project V-Circuit ist damit offiziell beendet. Es gibt aber noch eins. Und jetzt kommt ein Punkt, so sehr Kus geht raus an Juno, Kus geht raus an Kalle, vor allem an Kalle, ich liebe den Mann. Aber dass die zwei dann von sich aus sagen, wir wollen die LAN in Wien A1 nicht spielen, weil es uns nichts bringt außer Preisgeld, ist halt whack. Muss ich ehrlich sagen. Also ich komme aus einer Zeit vom Esports, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich habe nie professionell gespielt, aber wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, auf einer Bühne vor über 1000 Leuten zu spielen, hätte ich niemals Nein gesagt. Ich hätte mir die Reise selbst gezahlt. Und da Nein zu sagen, wenn alles gezahlt wird, alles übernommen wird und du nur, du hast sogar, ich habe ihnen ja gesagt, ihr kommt vier Tage vorher nach Wien, wir machen Bootcamp und wir gewinnen das Ding einfach. Und wenn die dann sagen, sie wollen nicht, das ist low meiner Meinung nach, okay. Aber das sind Sachen, du spielst mit denen, also in dem Core, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre zusammen und da kannst du nicht schlechte Zusammenstellungen dazu sagen, wenn sowas dann passiert, weißt du. Es ändern sich vielleicht auch die Interessen von den Leuten, vor allem Leute, die ihre Schule abgebrochen haben oder pausiert haben oder was weiß ich, und versuchen Pro zu gehen. Und jetzt sehen, dass es gar nicht so leicht ist, Pro zu gehen und auch paid zu sein. Dann halt jetzt sagen, okay, ich muss mein Leben langsam auf den Griff kriegen, ich habe jetzt zwei Jahre lang Project V gespielt ohne irgendwas. Bringt nichts, ja. Dann das zweite, nicht ausreichend über Ziele, Einstellungen auch angesprochen, das allein sich damit, aber ich glaube, das ändert sich über die Zeit auch einfach. Spieler nicht ausgewählt mit Hinblick auf Kompatibilität, das ist ein großes Problem, das hatten wir zum Beispiel mit Marquez. Nur Liebe geht raus an Marquez, aber Marquez ist einfach ein ganz, ganz anderer Typ Mensch als der Rest vom Team und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Vitamin B, damit ist gemeint, dass du halt in ein Team reinkommst, weil Leute einfach Freunde von dir spielen oder Bekannte oder so. Spieler lügen über Ziele und Ambitionen und haben sich kaum Gedanken gemacht. So, und all diese Punkte mit dem schlechte Zusammenstellung, Lügen über Ziele, Ambitionen oder nicht drüber gesprochen. Es gibt wirklich, wirklich wenige Teams, die, glaube ich, wirklich den Drive und die Hinsicht haben, wir wollen aufsteigen in Project V. Wir wollen unbedingt in VCL reinkommen und das ist auch vollkommen okay, weil es ist ein fucking Amager Circuit. Project V ist keine Liga, in der irgendetwas professionell gemacht wird. Die Spieler sind nicht Fulltime, es gibt, wie gesagt, kaum bis gar keine Coaches, es gibt diese Officials, die halt da laufen, die meisten von denen haben nicht mal die Möglichkeit, dass sie in Scream-Gruppen reinkommen. Wie willst du vernünftig trainieren, wie willst du vernünftig spielen? So, das ist eine Fun-Liga. Div 1, at best, drei oder vier Teams nehmen das Ganze ernst und da hört es auf. Das war es, okay? Deswegen, viele von den Punkten, keine Ahnung, das sind Sachen, das sind Probleme, die in der VCL vielleicht noch passieren oder woanders so. Schau dir die Ascension-Teams an, wie die dispenden oder Leute gekickt werden, was weiß ich was. Das ist dort ein Problem, aber nicht in Project V. Also klar, lösen die sich auf, aber keine Ahnung. So oft, wie es in der VCL Roster-Changes gibt, regelmäßige Roster-Changes bei den verschiedensten Teams oder auch, dass Leute jetzt Ge-Free-Agent werden für die komplette Off-Season, was natürlich Riots-Failer ist, so ist ja klar, dass diese Leute in Project V genauso schnell wechseln würden. Wenn es da, weil da gibt es, in Project V geht es keine Spielerverträge, du kriegst kein Gehalt, du hast keine Bindung. Wenn es dir nicht passt, dann passt es nicht, dann gehst du. Vor allem, wenn eine Off-Season ist oder sowas. Was erwarten die? Man wird auch kein Team aus fünf Leuten bauen, die über mehrere Project V-Splits, wenn ein Split fünf Monate geht zum Aufsteigen, über mehrere Splits sticken, nur damit du dich für die ganze Liga spielst, mit einem Random-Kalibrierungs-Match, mit extrem vielen Officials, vielleicht ein, zwei schlechte Tage erwischt und dann kannst du es gar nicht mehr schaffen, auf Split-Failers zu kommen. So, in der Annahme würde ich da reingehen, wenn ich sage, ich habe eine Orga im Hintergrund, die mich supportet. Und bestes Beispiel dafür ist Unicorns of Love. Unicorns of Love hat gesagt, Jungs, ihr spielt zwar Project V, weil ihr es nicht geschafft habt, in VCL zu kommen, aber ihr macht jetzt Split für Split für Split, wir zahlen euch Gehalt, wir zahlen euch Gaming-House, wir zahlen euch alles. Macht. In dem Environment wird jedes Team mit den richtigen fünf Spielern, die die Ambitionen haben, in VCL kommen. 100%. Es dauert nur. 100%. Okay? Und ja, sowohl dazu. Aber jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, ja. Und zwar der Tweet hier, ja. Ich habe dann dazu geschrieben, gebt mir teilweise recht, ich habe jetzt einige Tweets von dir und Kineval gelesen. Ich glaube aber, ihr seht Project V total anders als die Leute, die actually dort spielen. Denke ich, ja. Diese Liga, so wie sie gestaltet ist, war nie ein Sprungbrett und ist es aktuell noch weniger. Das hätte ich vielleicht besser ausformulieren sollen. Aber um das zu erklären. Project V ist in meinen Augen folgendes. Stellt euch vor, ihr habt hier einen Topf, okay. Dicker, fetter Topf, okay. In diesem Topf, die grünen Haken sind Talentspieler, die sind wie VCL dran schaffen. Wo ein Team sagen würde, wenn wir einen neuen Spieler brauchen, dann kommen die in Frage. Haben vielleicht sogar schon getrielt, okay. Jetzt ist folgendes Problem. Das Rote sind Project V-Spieler, die nicht das Zeug zu VCL haben, beziehungsweise nicht in einem Team spielen können. Und da meine ich jetzt nicht nur skilltechnisch, sondern Mentalität, zeittechnisch und Erfahrung, okay. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und jetzt greift ein VCL-Team hier rein. Den nehmen wir. Okay. So sieht das von außen aus. Und das ist das Sprungbrett. Dass so einzelne Leute hier rausgepickt werden. Mit etwas Glück, okay. Und da gibt es viele individuelle Beispiele, wo das der Fall war, ja. Was aber mein Problem ist mit dem Ganzen, ist folgendes. Wir haben über Project V, ich glaube, 140 Teams. Und von diesen 140 Teams, sage ich mal, haben vier oder fünf das Zeug, dass sie im Split-Finals gegen VCL-Team spielen und gewinnen könnten. Und diese Teams, wenn die den Aufstieg schaffen, die haben ein hartes Bracket dafür nämlich. Ich glaube, ich muss hier nichts bezeichnen. Und zwar gehen wir da auf VLA dafür, oder? Ja, doch. VCL-Dach-Evolution. So. Das ist die Relegation. In der Relegation hat ja dieses Mal Reveal sich reingespielt für die VCL. Und AX1 hat den Hintergrund gehalten wieder, ja. Reveal ist das erste Team, was bei der VCL-Dach überhaupt den Aufstieg geschafft hat, okay. Hier gab es noch keine Rele. Ja. Das heißt, dieses Jahr gab es nur eine einzige Chance. Eine einzige Chance gab es, um in die VCL reinzukommen. Und das hat ein Team geschafft, okay. Im kompletten Jahr. Und damit man auch mal sieht, wie die dort hingekommen sind, ja. Hier beginnt es. Schaut euch das an, okay. Am 8. Februar 2023 hat Reveal ihr erstes Project V Weekly gespielt, okay. Und dann schaut mal, wie viele Spiele die gespielt haben. Haben wir gesehen? Auch hier wieder, wie viele Spiele die gespielt haben. Bis sie schlussendlich hier es geschafft haben, sich zu qualifizieren, okay. Über fünf Monate, harte und lange Arbeit, sehr viele Games, sehr viele Officials, okay. Jetzt schauen wir uns das Ganze im Vergleich mal an, okay. Das sind alle Officials, die ein vollständiges VCL-Team in derselben Zeitspanne gespielt hat. Und das mit Playoffs und noch einem extra Cup. Das ist nicht mal ein Zehntel von dem, was ein Project V-Team in einem Split spielt, um dann eine einzige Chance im Jahr auf den Aufstieg zu haben. Während hingegen diese Teams permanent Klassenerhalt spielen. Weil die haben nur ein einziges Best-of-3 gegen ein Team, was kaum Vorbereitungszeit hatte oder hat, besser gesagt. Weil es meistens ein recht spontan geformtes Team ist oder halt, ja, je nachdem, wie die Roster-Chainers auch sind. Ist hart, okay. Und sich halt jetzt das mal so in Perspektive zu halten, wie schwer es ist, in VCL reinzukommen und wie leicht, unter Anführungszeichen, es ist, diesen Klassenerhalt zu behalten einfach, ja. Das ist, finde ich, ein Riesenunterschied und ein Welten im System, wie sich diese zwei Ligen unterscheiden. Und das meinte ich mit, die Liga ist kein Sprungbrett für ein Team. Weil als Team wird es enorm schwierig sein für dich, als Ganzes aufzusteigen. Das kann man auch sehen, wenn ihr das nachschaut. Das muss man jetzt jedes Ding einzeln googeln und so weiter, ja. Aber es gab in der Geschichte von Project V und VCL, beziehungsweise VLR, DACH damals, gibt es drei Teams, die aus Project V aufgestiegen sind. Das erste davon war Penta. Und Penta war zu einer Zeit, das war vor eineinhalb Jahren, als sehr viele, weil die VCL sich da neu geformt hat, sehr viele Teams oder auch Spieler, die vorher schon in der VCL waren oder einen Namen hatten, in dem sie in anderen großen Teams gespielt haben. Diese Spieler haben damals ein Team gebaut, haben den Aufstieg geschafft, okay. Können wir auch nochmal nachschauen, wenn ihr das wollt, ja. Ist nämlich auch spannend, glaube ich. Und zwar hier, das war Penta. Penta hat damals den Aufstieg geschafft. Und zwar, ja das ist alles nicht eingetragen, da gibt es noch kein Project V auf VLA, leider. Aber ja, hier haben die das geschafft auf jeden Fall. Die haben gegen Kovana gewonnen in den Finals, okay. Und damit ist Penta, also Kovana ist damals abgestiegen aus der VCL und Penta ist aufgestiegen, okay. Und das Penta-Roster zu dem Zeitpunkt war High Kitty, Felix, Xenaki, Cupid und McConstie. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wo diese Leute heute spielen, ja. Damit ihr mal ein Retrospektiv habt, wer die sind. High Kitty kennt man, hat aufgehört zu spielen. Der hat davor aber in Lunaris gespielt, in Zeitgeist, Nerdturn, Esports und dann in Ivy. Dann in Naughty Evil Alls, was das erste Focus-Roster war. Also bevor High Kitty überhaupt bei Penta war oder danach bei Alternate Attacks, okay. Was das jetzige VCL-Team ist. Bevor der dort überhaupt gespielt hat, war der schon bei Zeitgeist, was ein Team war, was bei A1 gespielt hat. Nerdturn, was ein Team war, was bei A1 gespielt hat. Ivy, ein Team, was A1 gewonnen hat oder gegen Big verloren hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naughty Evil Alls war das erste Roster unter einem Geheimnamen von Focus. Und dann kam er erst zu Penta und dann zu Attacks. Also, und dann hat er aufgehört zu spielen, ja, weil er dann aus dem Team gekriegt wurde. Möchte ich nur mal kurz an der Stelle sagen, das ist kein Project V-Talent. High Kitty ist kein Project V-Talent, da sind wir uns einig, oder? Sind wir uns einig, oder? Ja, gut. Felix, Felix hat bei Teams gespielt, die nicht so bekannt waren, okay. Couchless, Revive-Me-Jet, Holy Shit, keine Ahnung, ja. Dann hat er bei Penta gespielt, ist aber danach nicht übernommen worden von Penta, sondern ist gegangen. Und zwar zu Wave. Bei Wave war er aber nicht lange, war er dann bei Austrian Force wieder eine Zeit lang in Project V. Und ist danach von Attacks abgepickt worden. Aber das war fast ein Jahr, nachdem er bei Penta war. Okay, also auch kein wirkliches Project V-Talent. Der war schon da in der VCR, ja. Wurde vielleicht hier von Wave gefunden, oder ich weiß nicht, was da genau abgelaufen ist, aber andere Geschichte wieder, ja. Dann Zenaki, der einzige, der einzige Spieler, der nachdem er von Penta übernommen wurde, weil, damit er das im Retrospektive hat, Penta hat damals den Aufstieg gewonnen. Danach ist die Orga insolvent gegangen, weil der Typ dem Penta gehört, ja, lange Geschichte, will ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Die Leute, die es wissen, wissen es. Ich weiß auch einiges, aber nicht alles. Aber Penta auf jeden Fall eine Orga, die sich nicht sehr beliebt gemacht hat, sowohl bei Spielen als auch bei Sponsoren. Und dann, dementsprechend, insolvent gegangen. Und nachdem Penta insolvent gegangen ist, haben die Jungs sich bei der VCL damals, weil sie den Aufstieg hatten, angemeldet als V-Worn Champions. Damit die Orga nicht irgendwie den Spot bekommt und verkaufen kann. Beispiel Laterius oder so in die Richtung, ja. Und Xenaki war dann halt bei V-Worn Champions und wurde dann gemeinsam mit McConstie und mit Haikitti übernommen für Attacks. McConstie und Haikitti wurden aber direkt im Juni gegangen. Ich glaube, gekickt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Xenaki ist geblieben und der ist bis jetzt auch noch da, okay. Also Xenaki ist der einzige Spieler aus Penta, der den Aufstieg geschafft hat, der dann wirklich in der VCL geblieben ist, okay. Q-Pad hingegen, der ist danach zu Sector 1 gegangen, dann Assistant Coach bei The Guards, dann Analyst bei Team Liquid. Und jetzt ist er Coach bei, nein, Spieler bei Cloud9. Ja, passt, kann man machen, guter Weg. Und hier, selbes Beispiel wieder, McConstie. McConstie war bei Nerdton E-Sport mit Haikitti, war bei Ovation, war bei Naughty Evil Alls und dann bei Penta erst. Das ist kein Project V-Talent, keine Ahnung, wie ich es noch sagen muss, ja. War dann bei Attacks, genau für einen Monat, exakt wie Haikitti und war dann weg, okay. Das bedeutet, das erste Team, was den VCL-Aufstieg geschafft hat, jemals, von Project V, also Penta, hat danach sich in V-Worn Champions umbenannt. Bei V-Worn Champions sind dann drei Spieler geblieben von denen, und zwar Senaki, McConstie und Haikitti. Das war das Penta-Roster. Hinzugekommen sind Rusk und Barcode. Rusk war dann längere Zeit bei Attacks, okay. Und Barcode war auch längere Zeit bei Attacks, und zwar bis Dezember. Das war dann die Zeit, wo Bucher kamen, glaube ich, danach, ja. Und das heißt, was Attacks gemacht hat, ist, Penta geht insolvent, wir wollen in Valorant einsteigen. Die Jungs, die bei Penta waren, haben jetzt keine Orga. Jetzt machen wir folgendes. Wir holen uns jetzt von den Leuten hier zwei neue dazu, und zwar Rusk und Barcode. Haben dann einen Triple-Deutschen Core und binden die an uns. Und jetzt haben wir ein Team, was in der VCL sein darf, weil die Mehrheit von diesem Team, diese drei hier, die sich den Slot erspielt haben, denen gehört der Slot. Sie haben aber keine Orga. Der Slot gehört dann automatisch der Orga, nachdem die unterschrieben haben. Sie holen zwei neue dazu, Imports, damit sie spielen können, und sind dann in der VCL. Nur um einen Monat später Haikitty und McConstie zu kicken. Und damit bleibt von dem Roster, was gewonnen hat, vor Halbpenta, ein Spieler übrig. Ein einziger Spieler bleibt übrig, der aus Project V den Aufstieg geschafft hat in die VCL und dort geblieben ist. Und das meine ich mit, das ist kein Sprungbrett für Teams, sondern es ist ein Sprungbrett für individuelle Talente. Und das ist auch nicht falsch an sich, aber ich komme gleich darauf hinaus, warum es wichtig ist, euch das zu merken. Sprungbrett für individuelle Talente, nicht für ganze Teams. Das nächste Team, was den Aufstieg geschafft hat, war Unicorns of Love. Unicorns of Love etwas später. Und zwar auf eine sehr spannende Art und Weise, nenne ich es mal. Weil Unicorns of Love war die ganze Zeit ein Project V-Team. Und die haben zum Beispiel hier beim A1 Esports Cup wieder gegen Truebitch gespielt und verloren. Dann waren die Playoffs von Project V und sie haben hier gegen Andrew Griffins und die CGM Youngsters gewonnen. Zu dem Zeitpunkt, falls ihr euch erinnert, hat in der VCL Desire noch gespielt. Desire hat sich aber aufgelöst. Und somit war ein Slot frei. Ein Slot war frei in der VCL, weil Desire weg von der VCL gegangen ist. Die sind nämlich nach Italien gegangen. Weil das dort eigentlich ihr Team ist, wo die Orge herkommt. Desire hat den Dach gespielt, weil sie deutsche Teams hatten, haben dann aber rebrandet auf Italienisch, haben neue Spieler geholt und sind rübergegangen. Damit war ein Slot frei. Und anders als bei dem nächsten Beispiel, was gleich kommt, hat Unicorns of Love damit den Aufstieg anhand der Split Finals, weil sie das gewonnen haben, sozusagen dann direkt geschafft. Also Unicorns of Love musste kein weiteres Spiel nach den Split Finals antreten. Panther schon eben, gegen Sparks. Oder ich weiß nicht, gegen wen es war im Endeffekt. Einer Kovana, ja. Und Unicorns of Love ist damit direkt aufgestiegen. Also dementsprechend war das kein richtiger Aufstieg, wie er eigentlich intended war. Deswegen sage ich, es sind drei Teams gesamt, aber nur zwei, die wirklich zählen. Das eine war Panther, das andere war Unicorns of Love. Und das dritte, was wir jetzt eben gesehen haben, das haben wir ja vorher schon offen gehabt, ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist, ist eben Reveal Multigaming. Und da haben wir gerade schon drüber geredet gehabt, weil Reveal ist die gute und ganze Sache, die haben hier angefangen zu spielen, sehr, sehr viele Games, okay, bis sie es dann geschafft haben, hier sich durchzusetzen. Und Reveal ist damit das erste Team, weil was passiert ist, Reveal hat den Slot erspielt und dann gab es halt das Drama, okay, gehört der Slot jetzt der Orga Reveal und die könnten den ganzen Roster kicken und ein neues Roster einstellen. Oder gehört der Slot den Spielern und die können sich eine neue Org suchen. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch, ich weiß nicht noch nicht, ich glaube der Slot gehört jetzt nicht Reveal, sondern gehört den Spielern. Aber damit ist es das erste Project V Roster und zwar Frontside, Nex, Wanted, Kixer und Bilyax, die als Komplettes sich reingespielt haben. Unicorns of Love hat das zwar auch gemacht, aber nicht richtig reingespielt, verstehst du? Und die könnten jetzt sticken. Bisher gab es, das sind diese drei Teams, die drei Fälle, die ich erklärt habe, ja, und bisher gab es kein einziges Team außer Unicorns of Love und die sind nicht regulär aufgestiegen, wobei sie es auch geschafft hätten wahrscheinlich, die gestickt sind. Bei Panther bzw. Attacks war es eine Person, die geblieben ist. Und Unicorns anders aufgestiegen. Und jetzt das nächste ist Reveal. Und da werden wir im Februar erst sehen, bleiben die überhaupt so oder was genau passiert da? Das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir sehen. Schauen wir mal, ja. Aber das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand der Dinge, was Project V und VCL betrifft, okay? Die nächste Chance, sich wieder reinzuspielen in die VCL, ist übrigens ziemlich genau in acht Monaten. Und jetzt kommen wir zu dem Tweet, den ich hier gepostet habe. Ihr habt den Tweet ja gerade gesehen. Diese Liga ist eher ein Sprungbrett für individuelle Spieler als halt für alle, ja. So, dann erstmal der Tweet hier, ja. Fangen wir damit mal an. Wenn man sich auf Zwang versteift, jedes Turnier zu spielen, jedes Weekly mitzumachen und sofort aufgibt, weil man keine Chance auf Finals oder Div 1 hat, nach der Kalibrierung natürlich, dann stimmt ja die Aussage. Lesen wir erstmal weiter, bevor ich drauf eingehe. Wenn man stattdessen einfach sagt, wir spielen nur Divisions und Master-Events für den Anfang und nutzen die restlichen drei bis fünf Tage pro Woche für zwei bis drei gute strukturierte Trainingsessions, dann habe ich nach acht Wochen das stärkste Project V-Team gebaut. Gerade jetzt in der VCL Off-Season lohnt sich dieser Ansatz viel mehr, weil es Commitment Long-Term, Improvement, konstante Performance viel besser zur Schau stellt. Immo, jeder konstante Division, keine Ahnung was Spieler, ist mir lieber als vier Wochen mit einem Weekly Mix gewinnen und dispenden. Gebe ich ihm recht. Aber jetzt ist wichtig, Folgendes zusammenzufassen, ja. Wir haben gerade gelernt, dass es als Team, als komplettes Team, sehr schwierige Aussichten gibt, überhaupt das Project V aufzusteigen, weil du extrem lange in Split spielst, du sehr konstant alles mögliche gewinnen musst und dann auch noch gegen ein VCL-Team gewinnen musst, im Regulärfall, okay. Das ist nicht leicht, das ist gar nicht leicht und es soll auch nicht leicht sein, ist ja klar, du willst ja in die VCL kommen und bei den Besten mitspielen, dementsprechend kannst du nicht jeden Huns und Kuns reinlassen, ist ja klar. Ja, aber während bei VCL alle Teams einen Coach haben, während bei VCL alle Teams Full-Time sind, während bei VCL alle ein Bootcamp haben, ist das bei Project V nicht der Fall. Und das liegt einfach daran, weil es auch unmöglich ist, für Project V alleine Sponsoren zu finden. Über was für eine Reichweite? Ja, hallo lieber Sponsor, wir werden vielleicht einmal im Monat, es ist zufällig, nämlich ob wir oder ein anderes Team, auf dem Project V Twitch-Kanal gestreamt, für 90 Zuschauer. Wie schaut's aus, habt ihr Geld für uns, damit die unsere Spieler bezahlen können? Nein, natürlich nicht, keiner zahlt das, ja. Und dementsprechend ist es auch sehr impossible, wirklich ein faires Gehalt für die Spieler in Project V zu zahlen. Weil für was denn? Für welche Reichweite? Aber die dedikaten ihre Zeit hinein. Das sind ein Großteil Schüler, Studenten oder Leute, die nebenbei Teilzeit arbeiten, vielleicht sogar Vollzeit. Und die reißen sich den Arsch auf, dass sie dort ein Team aufbauen können oder mit dem Team spielen können. Das weiß ich von meinem eigenen Team, okay. Und dann wird dir das gedankt damit, dass du halt wirklich sagst, okay, du hast jetzt einen Monat Off-Season und anstatt, dass es dann eine Sommerpause gibt, ballern wir dir drei Stages rein. Aber, wenn du entweder die Kalibrierung verkackst, weil du einen schlechten Tag hattest oder keine Zeit hast, einen Roster zu bauen. Hallo, das sind wir, trotzdem haben wir 7-1 gespielt. Oder, wenn du hingehst und sagst, jo, wir haben halt das Problem, wieder wir, aber auch andere Teams, dass wir jetzt im Div 1 sind, aber in der ersten Stage, in den ersten Monat, der gespielt wird, sind halt zwei Wochen Leute bei uns auf Urlaub. Was machst du dann, ja? Unlucky, blöd gelaufen, taken wir, gehen wir halt Div 2, spielen wir die Regler, gehen wir wieder hoch auf Div 1, ja? Es gibt aber kein anderes Event, es gibt kein Clutch Kings, es gibt kein Masters, es gibt nichts, womit du diese Punkte ausgleichen kannst. Ist auch an sich scheißegal, weil es halt jetzt natürlich darum geht, dass du ein Team hast, was für die Langzeit zusammensticken und praktischen soll, ja? Das ist ja die Aussage dahinter, dass du sagst, du versuchst jetzt für den nächsten VCL-Aufstieg zu spielen. Der ist in acht Monaten. Verlange jetzt mal von fünf Leuten, dass sie acht bis neun Monate ihr Leben darauf ausrichten, dass sie drei bis fünf Tage die Woche praktischen können, okay? Für zwei, drei gute, strukturierte Trainingsessions, wie gesagt, geschrieben hat. Nebenbei, die Officials spielst, nebenbei ein Privatleben hast, nebenbei in die Schule gehst, studierst oder arbeitest, vielleicht sogar im Urlaub sein möchtest. Ist jetzt halt nur blöd für den Sommer, ja? Aber gehen wir mal davon aus, du möchtest das alles und du kannst das alles. Du wirfst für die nächsten acht Monate dein Zeug weg, ohne Gehalt, okay? Und dann gehst du rein und sagst, okay, jetzt wollen wir praktischen. Jetzt gehst du auf prac.com, auf andere Scrim-Seiten und schaust, dass du irgendwie Gegner findest. Folgendes Problem. VCL hat neun Monate Off-Season. Fast alle VCL-Teams haben aktuell kein spielfähiges Roster. Das bedeutet, die Chance, dass du gegen ein VCL-Team scrimmen kannst, ist sehr gering. Das heißt, die Chance, die du zum Scrimmen hast gegen andere Teams, werden most likely andere Project V-Teams sein. Und das ist kein High-Quality-Scrim, weil wenn du die ganze Zeit gegen dieselben Teams spielst, sagen wir zum Beispiel, wir scrimmen nur gegen Entropy, dann wird nur Fischl gegen die nicht so lustig. Und natürlich wollen wir denen nicht unsere Strats hergeben, weil wir vielleicht gegen die spielen könnten auf den Split-Finance. Rein theoretisch, ja. Und weil wir wissen, dass das ein zu beachtenswerter Gegner ist. Jetzt gibt es aber von diesen Teams, wie Entropy und wir und keine Ahnung was alles, wie gesagt, ne Handvoll. Wahrscheinlich fünf, würde ich sagen, in ganz Project V. Wenn wir jetzt davon ausgehen, diese fünf Teams haben alle die nächsten acht Monate keine anderen Verpflichtungen, wollen nicht in Urlaub, können jeden Tag pracken und finden auch Scrim-Gegner. Werden sie alle trotzdem nicht bezahlt und die einzige Aussicht auf den Aufstieg ist, dass sie sich gegen alle anderen Project V-Teams behaupten und nicht im Finale verlieren. Und da kann Leon Lied von singen, weil das ist zweimal passiert schon bei uns jetzt. Einmal das CJ and Youngsters, einmal das Vini-Sports. Das letzte Mal vor dem Ziel nochmal Rohrdurchbruch sozusagen, ja. Das passiert, ist unlucky und dann hängt der ganze Split halt von diesem einen Game ab. Ist scheiße. Aber jetzt geht es weiter, okay. Und jetzt sagst du, gut, jetzt hast du es geschafft aufzusteigen. Jetzt schaust du halt, wie geht es weiter. Wenn du jetzt Pech hast und du hast eine Orga, die sagt, ja schau mal hier in der Liga, alle anderen haben auch Imports und wir müssen da gut spielen und wir können da Spieler reinkaufen jetzt in die Richtung. Dann wirst du vielleicht einfach gebencht, so wie bei Atex damals. Die kommen mit einem Roster von unten rein, holen zwei Internationals, die anderen zwei werden auch noch rausgetauscht. Zack, erledigt. Die seltensten Roster sind die, die sticken, so wie UOL zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, was mit Reveal ist, schauen wir mal, werden wir sehen. Aber die Aussicht als ganzes Team mit einer Orga, sich individuell reinzuspielen, ist erstmal arschschwer und du hast nur eine Chance im Jahr. Und wenn du es dann geschafft hast, ist es immer noch keine Garantie, dass du überhaupt mit deinem Team zusammenbleibst, okay. Das ist das Nächste. Und jetzt kommt es aber noch besser, ja. Jetzt kommt das Bessere. Wenn du es dann geschafft hast, aufzusteigen mit deiner Orga und du bleibst im Team, wofür hast du das gemacht? Dafür, dass du darauf dann vielleicht 1200 Euro im Monat bekommst von deinem Team. Und die Aufstiegschance aus dieser Position herauf in VCT sind null. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil ich mir denke, es wird niemals jemand schaffen. Ich wünsche, es wird jemand schaffen. Aber der Fakt ist nun mal, so leid mir das tut, das zu sagen, es gibt keinen einzigen deutschsprachigen Spieler in der VCT. Niemanden, der aus der VCL DACH gekommen ist, ist in der VCT. Und Leon, den Joke wollte ich gerade bringen. Und lustiger und ironischerweise, die einzigen zwei, die in der VCT spielen könnten oder es schon getan haben, sind Hami und Kuba. Das ist der größte Gag an der ganzen Sache eigentlich. Zwei Streamer, die den ganzen Tag live sind, die den ganzen Tag viel Geld verdienen, sich nicht den Arsch aufreißen und besser werden in dem Spiel. Und pracken und scrimmen und mit dem Team zusammensticken und alles mögliche. Das sind die, die dann dort spielen. Das Lustige halt, ja. Und mit der Aussicht jetzt, so leid es mir tut, aber mit der Aussicht, dass du dir so den Arsch aufreißen musst und dafür nichts bekommst. Und es dann vielleicht schaffst. Aber wahrscheinlich schaffst du es nur als individuelle Person und nicht als Team aufzusteigen. Nur damit du danach ein bisschen Geld bekommst, aber halt nichts, wovon du leben kannst. Oder wo du sagen kannst, es hat sich gelohnt, dass ich zwei, drei Jahre meines Lebens reingesteckt habe. Und ich kann jetzt meine Familie ernähren dann die nächsten zehn Jahre. Das ist halt nicht der Fall. Das ist einfach, dieser E-Sport-Hype ist over. Wofür lohnt es sich? Und das muss einfach die realistische Ansicht sein, die du jungen Leuten gibst und nicht sagst, boah, spiel ich hoch. Und natürlich als Team ist es schwer. Und natürlich ist es so, was sind die Aussichten und die Vorteile davon zusammenzusticken, wenn du diesen Ausblick hast? Wenn die Alternativversion ist, ich spiele in einem Team, ich mache einen guten Eindruck, ich mache ein gutes Bild von mir. Weil das will ja jeder Spieler individuell. Und wenn ich Glück habe, dann werde ich getrialt bei einem VCL-Team und die picken mich einfach. Das ist eher die Chance, wie du als Project wieder aufkommst. Und dafür ist es ein Sprungbrett. Definitiv. Auf jeden Fall. Aber auch das braucht so viel harte Arbeit. So viel Zeit, so viel Nerven. Okay? Aber da kannst du es schaffen, aufzusteigen. Als Team ist es schwer. Verdammt schwer. Okay? Wollte ich nur mal gesagt haben, zu dem ganzen Thema. Und da kam eben noch dieser Tweet dann raus von Geppetto. Habe ich den irgendwo in meinen Mentions noch? Bro, ich werde so weggespampt von League of Legends. Du liest das kannst du nicht. So. Bei Geppetto kommt nämlich der Tweet. Der heutige... Keine Ahnung, warum er auch so salzig ist. Ich weiß nicht, ja. Der heutige Ratio wird von folgenden Spielern präsentiert, für welche die Project V sehr wohl ein Sprungbrett für die VCL war. Nico Nugison hat zuerst bei Wave gespielt, bevor er überhaupt irgendwie zu einem 2OL gekommen ist. Hat sich dort in Project V reingespielt. Und dementsprechend ist das kein Project V Talent, weil man den vorher schon kannte und der schon in den Ligen mitgespielt hat. Selbe gilt übrigens für Star Vinci. So blöd es klingt. Aber Star Vinci war auch davor schon in den Roster drinnen. Können wir auch nachschauen übrigens. Star Vinci hat nämlich in Ryzen gespielt. Bevor Bloodhound Gang und dann SSP gegangen ist und was gewonnen hat. Damit KWNS auch schon. Aber Star Vinci kennt man vor allem aus CS schon. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, wenn du in so ein Game reinkommst. Valas. Da würde ich wahrscheinlich recht geben. Wobei ich nicht weiß, wo der zuerst gespielt hat. Aber Valas. Ja, Protates Gaming, Team Orange Gaming, ja. Und dann CGN für, wie heißt das? Campus Klatsch. Genau. Da war der am Start. Ist dann zu Ovation gekommen. Nachdem er bei Reveal war. Der wurde da gefunden. Aber ich weiß auch nicht, wie er dann im Endeffekt bei Ovation gelandet ist. Also kann auch sein, dass das halt einfach jemand war, den die Jungs auch kannten. Mit dem die gespielt haben. Weiß ich nicht, ja. Aber ist jetzt ein Spieler, auf dem ich jetzt persönlich in Project V nicht so ein Auge hatte, ja. Lucid. Schwachsinn. Lucid ist kein Project V Talent. Lucid ist schon sehr lange in der Valorant Szene drinnen. Der wurde damals von CGN entdeckt. Und das bevor es Project V wirklich in der Form gab. Weil der hat so im Panther-Roster gespielt. Ist dann zu C.E. Calling gekommen. Und nachdem er bei C.E. Calling war, das ist dann das CGN geworden eben. War er dort eine Zeit. Hat dort gegen Big gespielt. Die dann später V.C.T. waren. Und dann ist er erst zu Unicorns. Und erst damit war er dann in Project V. Muss man mal an der Stelle sagen, ja. Also das ist dann mal gleich die nächste Geschichte, bevor er irgendwie jetzt erwähnt. Lucid ist aus Project V. Weiß ich nicht, da dreht es mich auseinander, wenn ich sowas lese. Ich muss ihn nochmal lesen, glaube ich. Senaki haben wir gerade schon erklärt gehabt. Der hat ebenfalls in extrem vielen Rostern gespielt, bevor er überhaupt dann VCL war. Treeler war genau das Gleiche. Shy, definitiv jemand, der aus Project V gekommen ist. Aber der war ja nur ganz kurz in der UL auch. Keine Ahnung, warum das genau eigentlich. Aber der ist definitiv aus Project V gekommen. Habe ich auch nur noch auf dem Schirm gehabt. Er war eines dieser individuellen Talente, der was gepickt wurde. Ähm, Azuri auch, aber Azuri wurde nicht über Project V gefunden, was ich weiß. Was ich mit den CJN-Jungs geredet habe, mit David und mit Marcel. Ich glaube, der wurde irgendwie anders gefunden. Vince war bei Kovana und ich glaube auch bei Ryzen. Aber der ist auf jeden Fall definitiv auch schon vorher irgendwo am Spielen gewesen. Und Felix war bei Wave. Also, ja, muss man an der Stelle sagen. Vince war bei euch. Ja, ich weiß, aber er war davor bei Wave auch. Genauso wie Shazeon Academy Team zu Main Team. Ist nicht derselbe Sprung wie Project V zu VCL. Nein, wo hat Vince denn gespielt? Vince hat irgendwo gespielt. Bei Ivy. Vince hat bei Ivy gespielt und dann bei Ovation. Und dann bei Kovana. Safe, doch. Nicht Wave. Sorry, my bad. Aber der hat im ersten Nerd-Town-Line-Up gespielt. Den habe ich gecastet damals bei 1. Bei Ivy hat er gespielt, habe ich auch gecastet bei 1. So, den kannte ich da schon. Das war kein unbekannter Project V-Spieler. Darauf ist das, worauf ich hinaus will. So, und dann hat er zurückgeschrieben. Und es wird auch weiterhin so sein. Also, lasst uns nicht demotivieren, sondern zieht weiter durch. Gebe ich vollkommen recht. VCL-Coaches schauen ganz genau, wer sich in dem Project V positiv zeigt und heraussticht. Und es werden sich früher oder später Möglichkeiten für euch oder euer Team ergeben. Das löschen. Dann passt. Möglichkeiten für einzelne Talente? Auf jeden Fall. Weil viele getrialt werden und die Coaches danach schauen. Und das ist auch gut so. Individuell Leuten die Chance zu geben, ist gut so. Aber Project V ist für Teams kein Sprungbrett. Punkt. Habe ich dann auch nochmal sehr drauf geantwortet. Was Zesch doch schon wieder hat mit Common, Wen, El, Alter. Halt's Maul. Du wannabe-VCity-Analyst. Mal raus aus Platin. Und dann passt schon. Und dem als Ganzes, was soll das überhaupt bedeuten? Dass im Mannschaftssport sich einzelne Positionen mal ändern und Spieler transferieren, wenn das völlig normal. Aber Hauptsache, dass ich über Project V abfacken. Dass im Project V sich die Teams dispenden und so. Ja. Aber es ist ganz normal, wenn sich da mal was ändert. Du kannst deine Spieler... Übrigens, Attics hat mehr Roster-Changes als wenige Esports. Wollte ich nur mal anmerken. Du kannst deine Spieler ja in Verträge stecken, dass sie nicht wechseln können und fertig. Wo ist dein Problem? Also, muss es nicht unbedingt sein, dass ich sage, ich stecke meine Spieler in Knebelverträge. Wenn von dir dann jemand einen VCL-Aufer bekommt und er kann einen Full-Time-Gehalt bekommen, dann soll er das bitte machen. Ja. Weil ich kann das nicht zahlen aktuell. Ich habe keine Sponsoren. Project V findet man die auch schwer. Wir arbeiten dran. Aber da bin ich auch voll transparent mit denen. Das wissen die auch. Es ergibt keinen Sinn, das zu machen. Ja, das ergibt keinen Sinn. Man muss einfach mal die Perspektive eben sehen. Schau mal. Ich kenne es aus beiden Seiten. Aber wenn du jetzt halt sagst, du bist drinnen jetzt. Okay. Im Project V. Und du hast vielleicht ein Core aus zwei, drei Leuten, die jetzt schon ein Jahr oder länger zusammenspielen, so wie bei uns das jetzt der Fall ist. Beziehungsweise jetzt haben wir Lele ja auch wieder. Aber gehen wir mal davon aus, ja. Was ist, wenn einer von diesen Core-Spielern auf einmal ein Offer bekommt aus der VCL oder vielleicht sogar aus der VCT? Ganz utopische Vorstellung. Und dann geht die Person. Was glaubt ihr, hat das mental für eine Auswirkung auf den Rest des Teams? Wenn eine einzige Person, mit der du vielleicht seit einem oder zwei Jahren zusammenspielst, einen Offer bekommt für die höhere Liga und du und die anderen, die seitdem mit dem zusammenspielen, nicht. Natürlich freust du dich für deinen Teammate, aber natürlich bist du disappointed, dass du es nicht bist. Okay. Und unter diesen Umständen, wenn eventuell eben zum Beispiel einer der Spieler in deinem Team permanent VCL-Tryouts hat und du weißt, der könnte gehen, dann ist das Beste, was man machen kann, sich darauf vorbereiten und sagen, okay, ich wünsche dir einen guten Weg. Wir suchen uns wie einen neuen. Aber wenn du nicht die geistige Reife hast und das Ziel daran zu arbeiten, mit dem Team long-term zu sticken und das ist immer noch eine Hobby-Liga, in der du nichts bekommst, in der du nichts gewinnen kannst an sich, vor allem jetzt in der Off-Season, ja? Warum sollte man das machen? Warum solltest du dir die Mühe machen, das Team dann wieder aufzubauen, zu sticken? Klar, wenn du spielen willst, dann mach's, aber du kannst genauso gut mit einem Haufen random Leute, die aus der VCL relegated sind oder gerade kein Team haben und deswegen Project V spielen können und spielen. Wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach wahrscheinlich vier oder fünf Teams im Project V, die überhaupt irgendwie den Anreiz haben, sich hochzuspielen. Und das ist auch vollkommen okay so, weil es eine fucking Amager-Liga ist, die kein Mensch wirklich so mitbekommt. Und das ist jetzt hart übertrieben und klingt auch hart, aber es ist halt so. Ich würde es Project V gönnen, dass mehr Aufmerksamkeit drauf kommt und mehr Viewer und alles drum und dran. Aber da fehlt viel mehr anderes auch noch. Und das ist einfach das Problem im E-Sport. Die einzigen, die verdienen, sind die Live-Send-Owner und die Streaming-Plattform. Das ist leider so.